Moin liebe Leute, hier ist euer Mattwin, Melvin James zu später Stunde mit dem nächsten Teil von Bart Barion. Lang ist es her. Also zumindest von den Reaktionen scheint es ja echt gut anzukommen. Erfällt mir auch bislang sehr. Wir sind auch schon weit gekommen. Wir sind jetzt kurz vor den letzten Upgrades hier. Wenn wir das fertig haben, müssen wir nur noch die anderen alle fertig upgraden. Und das ist dann... Das war's dann. Wir haben die Minispiele gespielt. Wir haben... Ja. Wir haben insgesamt also fast alles gemacht, geschafft, getan. Nee, das ist... Haben wir schon gesehen. Das ist... Nichts... Nichts... Sehenswertes. Okay, ist los mit unserem Gitarren-Solo. Ja, Meat Boy hat sich leider nicht durchgesetzt. Das ist Meat Stick, beziehungsweise Meat Stick, weil... Ähm... Die machen zu wenig Schaden, beziehungsweise greifen zu selten an. Ähm... 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 Ich zock seit heute Morgen... Also... Ne, heute Morgen nicht, weil es ist... Wäre ja gelungen. Seit... Bzw. Falsch einfach. Ähm... 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 Seit heute Abend... Super Misty Dungeon, das Neue. Und ich muss sagen, es gefällt mir jetzt lang sehr gut. Ich bin... Ich weiß nicht, wie weit ich in der Story bin, weil ich hab keine Ahnung, wieviel Kapitel das Ganze hat. Hat auf jeden Fall wieder endlich den Charme von den Originalteilen. Und ja... Kann ich nur empfehlen. So nur so am Rande. Also ich muss sagen, die räumen jetzt grad hier echt gut ab. Äh... Einmal, 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 einmal. Einmal, einmal. Schlaber wieder mal. Oh! Ich kann... Zwei neue beschweren, das ging ja fix. Ich glaub, jetzt ist es auch Maximum mal reicht, oder? Werden wir gleich bei 10 sehen. Ja. Scheiß auf den Einzirn, wie echt. Scheiß auf den Einzirn, wie echt. Scheiß auf ihn. Wir ziehen jetzt hier durch. Wir sitzen nur noch darum um... Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wenn wir... den letzten was er erreicht haben und geschafft haben das wäre zu geil aber dafür denke ich brauchen wir einfach alle Upgrades also ich gezogen wir haben diese beiden machen diese beiden momentan die beiden Spiele haben auch Spaß und so aber ich habe noch eine Menge in Planung und habe auch schon eine Menge andere Sachen gemacht als nur ein paar Aufnahmen aber noch will ich das nicht präsentieren vielleicht finde ich noch ein paar Verbesserungen dafür weil wenn ich den kriegen würde die Verbesserung die ich machen will dann wäre das obergeil dann könnte ich euch da echt finden wie ich finde einen Qualitätsschub bieten aber mal sehen das kann ich wie weit sind wir jetzt weil er 4 ich weiß ja man die die Knie hier gar nichts ist ja auch zwei Uhr nachts also das ist echt es ist Samstag bald morgen die Aufnahmen werden jetzt hier gemacht endlich ich hab echt ich wollte eigentlich die ganze Woche aber das hat mir so gezockt lief nicht wie war eure Woche was habt ihr so gezockt und er stirbt oh scheiße oh doch das waren die Rugby Dinger Spieler und der nächste Zombie weil jetzt haben sie gleich wieder geholt ich muss sagen es geht gerade echt gut ab na wie schnell können wir oh mein Gott das geht viel zu schnell das ging gerade zu schnell und ich hab nicht mehr die Zombies opfern müssen also das war Hardcore das Team geht richtig ab selbst die Viecher sterben jetzt sofort die ich weiß nicht die Lava Kinder vom Vulkan so habe ich mir zumindest gedacht das sollen die Mini-Form davon sein gleich wieder einen neuen Zombie also muss sagen also ich denke Bad Baron wird zuerst zu Ende sein in der Summe Eleven hat noch eine Menge Content aber ich werde noch ein paar Level spielen und irgendwann will ich auch nochmal den Insane Modus durchspielen um wirklich auch das letzte Archiefenwind zu bekommen mit dem die siebte Welle sind schon bei der maximalen Anzahl der Nuten Scheiß drauf, echt. Wieder tot. Wieder gleich voll. Und schon wieder gegräht. 192, 193. Warte, machen wir richtig hardcore Salami-Gurke? Keine Ahnung. Fiel mir grad so auf. Ein, ein, auf. Was zur Hölle? Ich laber einen Scheiß hier. Die Hoffnung liegt auf dir. Bart? Bart? Ich glaub, Bart heißt sie. Was auch immer, auf jeden Fall stirbt jetzt alles. Alles wird sterben. 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 Das ging jetzt auch zu schnell. Die hatten immer so viel Problem gehalten. Und jetzt ist gar nichts mehr. Das ist echt schlimm. Das ist ja schon eine Drohung. Muss ich sagen. Oh, jetzt kommt der Scheiß hier. Jetzt wird's hart. Oder auch nicht. Ne. Oh Gott, gar nicht. Das war zu einfach. Also wir gehen hier grad echt einfach nur durch. Das ist reine Geldeinsammlerei. Ein bisschen Ausweichen. Kurz vom Tod. Und das ist, also ich muss echt sagen, das ist gefühlt ein riesiger Unterschied. Oder ich bin besser geworden, weil ich, gerade, weil ich, keine Ahnung, weil es zwei Nacht ist. Mal sehen. Ah, fuck. Oh, fuck. Ja, fast alle komplett geheilt. Einer ist mir durch die Lacken gegangen, aber jetzt wieder nicht mehr. Ja. Ich hab sechs Sammies. Ich dachte, mir fehlt einer. Mann, Mann, Mann. Mittag kommen wir auch gleich durch. Am Abend wird's halt spannend, was da, wie weit wir das schaffen. Erst mal eine Seite bereinigt. Oh mein Gott. Das war sonst immer die schwere Runde. Und das ist jetzt hier reines Massaker. So, jetzt kommt der Boss. Hab ich ihn verloren? Oh. lot mal. Äh. Ah. 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 Fack, fack, fack. Wir müssen Zombies holen. So, wieder drei. Vier. Fünf. Und ich glaube, da können wir ja keine Zermis raus. So, jetzt aber sechs. Jetzt ist es genau wie vorher. Und zack, zack, zack. Irgendwann will ich E-Gitarre lernen, oder Gitarre. Oder beides. Dann versuche ich das zu coveren, den Scheiß. Ob ich es dann kann, ist egal. Aber wäre geil. Oh, die Welle ist, glaube ich, auch gleich vor euch. Jetzt sieht man irgendwo dann, dass die Welle, also, da gibt es da irgendeinen Fortschrittsbutton, wo an dem ich sehe, okay, jetzt ist alles vorbei. Oder, also, die Runde ist vorbei. Ach, da kommen wir, diese fette Skelette. Mann, ey. Ich denke, ist auch gleich vorbei. Ach, das ist die erste Runde im Abend schon. So, zweite Runde. Jetzt wird es spannend. Jetzt nochmal Stoff geben. Ich muss nur sagen, die sind echt reaktionsschnell jetzt. Richtig Panik eben. Aber nee. Bleibt vorbei. Das war so verdammt knapp. Aber wir haben unsere Hexe nicht verloren. Da hat sich der Hund verabschiedet, aber er ist wieder da. Verdammte Scheiße. Was soll's. Ich werde den wohl erst, ich hab, also, noch keine Lösung gefunden, bzw. hat noch jemanden gefunden, der dieses Problem auch hat. Deswegen werde ich einfach weitermachen, wie gehabt, und irgendwann bei meinem PC wird's dann ja weg sein. Da muss ich mir wahrscheinlich Banikänder kaufen, aber was, äh, da. Jetzt kommen die Scheißviecher. So, der erste ist weg. Und der zweite auch. Das war's. Oh, fuck, eben muss ich mich echt konzentrieren. So, die Scheiße einfach wegbomben. Hallo, Akba. Hallo, Akba. Hallo, Akba. Oder wie hier geht das? Ich hab keine Ahnung. So. Und für alle, das ist nur ein Joke. Ihr habt aller Humor, danke ich. Schon wird, dass man so'n Scheiße mal klären muss, aber ist mir lieber, als wenn ich dann die ganze Zeit lesen muss. Ich hasse niemanden speziell, ich hasse alle gleich. Also, keine Sorge, ihr werdet nicht schlechter behandelt als andere. Vielleicht auch nicht besser, aber das ist ja egal. Ich komm schon. Ich komm schon. Ich muss nur durchkommen zum Boss mit genug Einheiten. Das wäre jetzt dumm. Kommt jetzt noch was? Habe ich irgendwas falsch? Ich kann es nicht sagen, aber ich konzentriere mich gerade echt, dass ich das hier nicht völlig verkacke, weil es mir schon weit gekommen ist. Und wir haben den Schamanen vergescheitert. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Ich habe glaube ich niemanden verloren. Und eine Menge Gold angesagt. Oh jetzt gibt es drei neue Einheiten. Jetzt können wir mal richtig durchziehen. Und wir haben ihn. Kommt schon. Jetzt haben die Sterne hier ohne Ende. Das ist echt schlimm. Aber besser als dass wir in Einheiten falten. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Schnell, 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 schnell. Zack, 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 zack. Und geil, dass wir den Boss gleich beim ersten Mal besiegt haben. Heute Abend geht es ja richtig ab, also muss ich schon sagen. Und wie sie die Musik immer verändert haben. Jedes Mal. Wenn eine neue Tageszeit erreicht wurde. Oh fuck. Jetzt aber. Alles weggeworben. Scheiß auf alles, weil. Jetzt wird es schwierig. Doch nicht. Doch nicht geht. Irgendwie muss man die ja vollkriegen. Ja. Der Mechaniker. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Das war eben so Panik hier gerade bei mir. Oh mein Gott. Ich erinnere mich wieder an diese Scheiße hier, ey. Aber wir können es schaffen. Aber wir können es schaffen. Ja. 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 Fuck, 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 fuck. Alles wegbomben, scheiß auf alles, Hauptsache überleben und alle Einheiten mitnehmen. Fuck, 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 oh mein Gott, das war so knapp, oh mein Gott, ja, und noch eine Einheit, keine Ahnung, wir haben fast alle, wir haben fast alle. Oh, shit. Wir haben jetzt nicht zu sterben. Oh, shit. Zwei Einheiten verloren, so eine ist scheiße. Sämtliche Zombies verloren. Oh, shit. Oh shit. Verdammte Kacke. Oh mein Gott. Oh man. Das ärgert mich jetzt. So geil. Letzte Upgrades alle. Damit haben wir jetzt immer da alles fertig. Start und Held haben wir voll ausgebessert. Es bleiben nur noch die Einheiten über. Ja. Das war auf jeden Fall so ein geiler Lauf. Bis eben. Das ärgert mich jetzt. Aber was soll's. Es fehlen nur noch hier die Upgrades der Einheiten und dann sind wir durch. Die letzte Einheit. Frechheit und dann alle auf den Maximum bringen. Das werden wir auf jeden Fall noch schaffen, denke ich. Vielleicht auch nicht ganz vor dem letzten Mal. Vielleicht schaffen wir ihn auch nicht vor. Mal schauen. Auf jeden Fall. Wenn hier etwas ausgelockt wird, das war echt anstrengend. Weil Konstration pur. 2 Uhr nachts. Freundschaft. Befreundet sich nicht so ganz so die beiden Sachen. Schon wieder 10721. Ich hab das Gefühl, ich hab die ganze Zeit dieses Gold immer, wenn ich in letzter Zeit ein Video hier starte. Aber egal. Beende. Starte. Was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist der, ich denke mal so von einigen zumindest, ersehnte Part gewesen. Der nächste. War auf jeden Fall ein Riesensprung zum letzten Mal. Und ich denke, beim letzten Mal, also beim nächsten Mal, könnten wir schon bis zum letzten Mal was vordringen. Und dann, ja. Aber es war doch schon, wie gesehen hat, schon echt heftig. Und wir waren auch noch nicht ganz durch. Auf jeden Fall. Beim nächsten Mal. Reinschauen. Einfach kommentieren. Wie immer. Und... Wir sehen uns.